Jetzt ziehen und holen, Alter. Mehr tun ihnen. Komm, frisch deinen scheiß Nährstoffen. Hat hier eine Zuckerleine für Ausdauer. Ich spüre schon den Atem hinter mir. Nein, bin ich nicht mehr da hinten. Boah. Alah, mein, die gab's noch. Können wir die Spuren sichern da. Spuren habe ich jetzt eh. Oh, mein Gott. Das ist ja nicht normal, oder? Ist das... Na. Ah, das schon wieder. Oh, weh. Die Feiten schon dahinten. Oh, weh. Der Ding ist gestorben. Der ist Def. Wie kannst du das nicht tun? Ja. Verlassen. Nichts. Nichts habe ich gekriegt. Schön. 120 Punkte. Forschungspunkte 4 und auch noch 20. Was ist das? Ah. Ach, tja. Langsam habe ich keine Kräuter mehr oder ich. Wo es so weitergeht. So. Wie war das denn der Gigante jetzt? Monsterlexikon. Wie viel haben wir denn jetzt? Auf Stufe 2. Auf Stufe 3. Los! Vorsichtig! Fahr halt noch einmal. Oh, ich weiß nicht. Dann ist er fast 3, ja. Schwanz zerlegt. Horn gebrochen. Hast du schon gestartet? Ja. So. Beitreten. Untersuchung. Das fühl ich nicht mehr, Alter. Das kann nicht sein, ne? Am Anfang, wo wir uns gar nichts auskennt haben oder irgendwas, ne? Ja. Dann läuft's. Und jetzt auf einmal. Jetzt weißt du, willst du das Set eigentlich haben und so? Nein. Geht nichts. Wenn wir das alles geschafft hätten, hätten wir es schon fertig. Für einen Zweitcharakter oder irgendwas, weiß ich nicht. Also, da bist du in den Lager. Ja, schon. Denken wir gar nicht, gell? Kann man zusammen essen. Ich schieße zuerst das Ding halt. Ich brauche echt wieder die Mary Jane. Nein. Das geht anders anscheinend. Die anderen kennen das nicht. Die ist rein gehupft, du. Die hat gar nicht mehr aufgehört, denn zum Nageln. Da sind die Trimmer nur so geflogen. Ich hab gedacht, ich bin. Hast du dich gesehen? Was macht ihr da, Burschen? Nichts. 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 Jetzt kommen sie ja wieder die ganzen Würsteln rein. Ich hab keine Idee. Was ist denn das? Ja, aber viele große sind ja nicht mehr. Zera. Zerera. Scheiße. Ja. Kann ich schau eigentlich. Könnten wir schon abbrechen wieder. Er hat sich zurückgezogen selber. Weiß er? Ja. Er hat uns gehört. Ich glaub, der hat auf den keine Lust. Gerhard. Wie schaut denn der aus? Der Gerhard ist 69er. Der ist ein guter. Ja, hoffentlich. Und der Ninefingers kommt da noch. Der Baumy wäre noch interessant. Der Ninefingers ist auf 60. Der Baumy ist noch frei. Ja, aber es kommt der Gerhard oder der Ninefingers. Der ist auf 60. Okay. Dann haben wir 69er und dann 60er. Dann können wir uns ja hinterher sitzen. Ja. Was ich nicht. Was ich nicht. Ich hab den Vorrat. Und jetzt sind wir gekommen. Zah. Was ist jetzt? Der Gerhard, Alter. Ich mein. Ich hab nur drei Flachen. Wie. Sie rutscht da durch die Gegend. Das ist der Ninefingers schon da und der Gerhard, nicht? Neinfinger Death Punch oder wie? Ja. Gernhard heißt er so. Der Depple hat uns gut gefunden. Ein Urheil, Dings. Urheil hab ich wieder. Gerhard. Gernhard. Der hat's Gernhard, Alter. Jetzt versteh ich's. Jetzt hab ich das genommen. Und Gerhard. Das hat auch lange gedauert, bis ich's gemerkt hab. Er ist ein Hammer. Hammerer. Und der andere ist ein bisschen zwei Schwerter. Oder? Der andere hat zwei Schwerter, glaub ich, ne? Ich glaub, das ist ein Morpher. So wie ich. Ja, nein. Ist einer wie du, genau. Und der Gerhard hat einen Hammer. Weil der Hammer ist ja super, ne? Glaub ich. Ja, hoffentlich. Müsst ja mal probieren. Ich hoff, dass er super ist. Und dass der Gerhard was? Der Gernhard, äh, äh, Gernhard, den Haum einsetzt. Gernhard, Dei. Dein Vier. Dann ein Finger, der, der macht schon. Wie's ausschaut. Der geht schon zurück. Der ist hier von der Yakuza. Der ist sehr optimistisch. Der muss das kennen, weil der rennt doch gleich zurück. Dann ist's wurscht. Der hat das Set dazu, ne? Hoppala. Zu früh losgeschlagen. Tja, flüchtet der schon von mir. Nein, doch nicht. Heiter. Wenn du nur einmal auf mich drauf springst. Ich spüle mich auf Jagdraum 200, oder? Und dann zerstöre ich dich. Den ganzen Tag. Ich bin dabei. Super. Der schaut ja jetzt schon nicht mehr so gut aus. Kommt mich vor, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich guck über die Waffen, ey. Ich rutsche immer runter. Das ist auch Franzosen. Gehört, ne? Gehört, ne? Wo ist's da weg? Und das jetzt noch? Das ist ein Schwanz. Ich muss mich rein in vorne da. Mein Spitzer. Ja, Alter. Ihr haut ja mich um, Alter. Was ist denn da jetzt los? Ja, oh, oh. Jetzt ist das so gemein. Jetzt auf einmal geht's aber gut. Ja. So flirgen die dringend, Alter. Schau, das Schwanz, das klappiert dich. Ja. Das ist ein bisschen burschig. Oh, ey. Ich glaub, hör auf zum Schlag. Ihr werdet auch rechts um mich da. Ja. Auflautenergie. Ja, ich will ja eh weg, aber ich kann es nicht. Ich komm auch nicht zu dem auf. Ich komm nicht um mich zum Auflautding, weil er im Weg steht, der Blase, Alter. Ich will da um mich. Das sehe ich nicht so. Ich habe jetzt eine Umst oder ein Schwert. Ich weiß nicht. Der hat einmal aufgestoßen, gell. Was ist denn jetzt los? Nichts gut. Das sieht jetzt gut aus, ne? Mit A2. Ich weiß nicht, das ist fertig, oder? Ich weiß nicht, das ist gut aus, ne? Der ist ja stark links und weggefallen, ne? Schaut. Wo ist er denn jetzt? Oh, der hat ja schon gefragt, ne? Ah, geh weg, da. Ich muss kurz wälzen, als es ausgeht. Bei. Na, geh weg. Ich wollte ihn nur anwälzen. Tschuldigung. Ja, komm. Ich lass mich nicht wälzen da. Jetzt kommt er sich wieder her. Weil er hört schon, weil wir wälzen. Ja, ist hier, ne? Schau. Ah, ich glaube jetzt geht, dass der auch humpelt ein bisschen. Ich will nicht einmal wälzen, Alter. Wie tut denn der seinen Hammer anwälzen? Vielleicht gar nicht, ich weiß noch, aber vielleicht muss er den nicht anwälzen. Ich glaube, du willst, weil so wie die Dinge, die Kanonen muss ja nicht anwälzen. Ist der schlafen gegangen schon? Schau mal. Ja, ich glaube, ja. Ja, klar. Ja. Und der Kopf so fliegt, dann pfeift, oder? Auch schon. Fußspuren und alles schön aufdurchschnüffeln und drinwolzen war am besten. Der echt so gut kriegt. Schein, ne, muss ihn gut geben, jetzt, oder? Der pfeift, ja? Oh, schau, der wetzt da seinen Hammer an. Hat er gerade nicht mehr gewetzt. Das ist eine Fassbombe, ich habe ihn mir mitgenommen. Fassbombe habe ich mitgenommen. Oh, der legt schon hin, der legt schon hin. Große Fassbombe. Er hat gerade zwei Bomben hingekriegt, so neunfingers. Wo ist er? Der Gerhard macht das geil. Gut, gut. Geh mal weg, geh weg, ich schieße den draf. Scheiße. Der fahrt nicht mehr Fertun, was? Der Rülpstil, nur mehr herum. Alter, ich bin verstanden. Ja, ja. Ich muss weg, dringend. Ich komme gar nicht zum Durchschalten. Wo ist denn mein Scheiß Megatrank? Mutti. Ihr macht's das schon, ne? Ich lasse das euch machen. Jawohl. Ja! Ich bin gar nicht zugekaufen, Alter. Ich würde sehr gerne eine Uhr mal machen. Zähnen, Alter. Der hat ja auch Fortsetzt, ich gehe auch Fortsetzt. Bleibt wohl da nochmal. Ach so, jetzt steht Auflösen. Unsterbliche Drachen. Schau, dass der Schwanz noch nicht oben ist. Ja. Vielleicht liegt noch irgendwas da rum. Drum. Wie, einig. Und ich, Islan. Den kannst du viermal looten. Ja. Machen wir schnell ein Foto. Ja. Ist sonst noch irgendwas da? Ach so, Bultusel. Ist da. Könnt zuerst da. Hey, ich hab alles geholt. Hey. Na, Questpilonen gibt's ja jetzt auch. Ja. Schön. Das ist ein Ralf. Das ist ja das Gute dran. Hm. Wie schön viel da unten. Rückenpanzer, Knochen. Drachen, ältesten Knochen. Ein Schwanz, glaube ich, kriegt's. Fusions, jetzt. Jetzt wird's kritisch noch, ne? Oh ja. Vor allem mit dem Fluxkompensator. Das waren nicht einmal zehn Minuten. Ne. Dreiherstufen hab ich auch schon. Trieben. Feuerabwehrjuwel alles. 5000. Schau, immerhin. Ist doch schön. So. Wischen ins Kistel, alles einrahmen. Schatzsammler. Oh ja, da können wir uns sehr gratulieren. Das ist ja eine Fassbombe. Wo ist denn das? Schnurrupp-Safari ist zurück. Geil, die bringen mir auch was von ihm. Die haben wir auch dort hingeschickt. Schau mal was. Schau mal, was die bringen bei ihm. Warte mal. Ja. Bei mir ist ein Safari zurück. Was ist denn? Bei ihm ausliefen, was die haben von ihm jetzt. Kaugummi. Die bringen ihm immer gute Sachen. Ich wünsche mir die Hafe da. Schnurrupp-Safari. Peronus Lederhaut plus. Plus Alagnon, hochwertig. Lederhaut. Peronus, Peronus, Lederhaut, Lederhaut. Fünfmal schon. Rückenpanzer. Gastatum. Bama, okay. Habe ich den etwa anders hingeschickt? Wie kommt es? Pummi. Alles nehmen. Heimat, der Ältesten. Ja. Habe ich es geschickt und der bringt mir ganz anderes an. Komm mal von. Das ist ja nicht ein Gigantik. Gar nicht ein Feuer. So. Und den hat er mir die Teile gebracht. Nicht an. Und halt so, ist ja wurscht. So, jetzt schau ich mal, was ich. Wie es jetzt ausschaut. Ich glaube, mit Gildenkarte, da kannst du den anderen Schnurr-Druck nehmen da. Und glaube ich, täuscht du das? Ja, ich kenne mich da nicht so aus. Aber irgendwie ist ein Hostet da nicht. Hm. Da ist nichts dabei. Für mich. Du musst ja zweimal den anderen Dings machen da. Hach. Macht's nur. Ah, sollst du noch schmieden? Der Schnuffi ist beitreten. Schnuffi. Schau, jetzt kann ich alles eigentlich herstellen. Also, bist du schon da oben? Hm. Schmiede. Ja, ist ja wurscht. Ich fang halt einmal an. 16.000 kostet's. Ja. Deswegen ist so wenig Geld auf einmal. Ich muss mir die Handschuhe kaufen. Super, jetzt habe ich auch drumherum geschaut. Jetzt geht nichts mehr. Jetzt brauche ich wieder Rückenpanzer. Hm. Ja, den brauche ich noch ein paar Mal. Dann habe ich wieder... Rückenpanzer brauche ich dir auch sieben Mal. Den brauche ich noch ein paar Mal. Drei habe ich, da brauche ich sich, da brauche ich den auch mal. Und dann brauche ich noch eine unsterbliche Drachenschuppe. Ocht Stück. Ah, den habe ich. Ja, da habe ich Fünfe. Da habe ich Fünfe, ja. Ich habe neun Stück von denen. Jetzt sogar noch, obwohl ich den Ding gemacht habe. Den Panzer, was du so brauchst. Ja, so braucht jeder seine Sachen. Ja, Alter, ich brauche halt Geld auch, ne? Das ist das nächste Problem noch so, ne? Jetzt habe ich nur meine 61.000. Ja, du, Alter. Ich weiß gerade, wie du so vollkommen bist. Ich habe die ganzen Dings gemacht, die Aufträge da. Für... Für... Ja. Sammelaufträge hatten wir nebenquests. Ja, ich habe ja auch. Da haben wir längere Zeit nichts gekauft, ne? So, da le... Ja, da sind die ganzen Aufträge, wo. Wie schaut es denn da aus? Gibt es eine neue Quest? Eine neue Quest? Ich weiß einmal, ich schaumlob über, aber vielleicht hat er die Quest sogar ausgeschaut. Das wäre ja so. Na, er jage Raterlos, er jage Barot. Na. Zum Botaniker muss ich noch. Hä? Also, der ist halt ja mal schaum, der hat mir lauter Dings gemacht. Blaupilz. Na ja. Lockmittel brauche ich. Hm. Hm. Lieferaufträge. Los. Ja. Boah, wie viel Lieferung noch. Da ist auch nichts. Es sind halt nicht mehr viele Leute da drinnen, aber die, wo es sind, sind zum Teil hoch. Bis auf der Aljulohra, der ist 14. So sind alle über 40, 50, 60. Also wenn die einsteigen, ich schreibe es dann mal aus, vielleicht steigt der Aljulohra rein. Hm. Oh, ich weiß, wie ich es bekannt machen. Ich habe schon mal gemacht. Ich habe schon mal gemacht und so. Ich habe schon mal gemacht und so. Ich habe schon mal gemacht. Ich habe schon mal gemacht. Aber da waren die anderen, die ich nicht brauche. Ja, das weiß ich nicht, aber die Dinger, die alten Sets da, die braucht kein Mensch mehr. Es ist ja Wahnsinn, dass ich da lande. Schein hast du das gemacht. Geh mal was essen. Ja, ich hab immer verdient. Hab ich mir verdient. Ein kleiner Snack. Ja, der Herr wird frisch. Ich brauch ein paar Mal Rückrad. Ja, was brauch ich? Schuppen, Rückenp... irgendwas halt. Keine Ahnung, was hast du nicht? Von einem Stück hast du gehabt, ne? Ja, von dem hab ich nicht. Von dem hab ich alles, was ich da brauch. Für das Rückrad oder wie das so, der Rückenpanzer, der fällt mir. So, ich mach mal eine Kiste, lass ich schauen schnell. So, was sind die Leute? Ich brauch die Hohen. Ja, fein. Und Dr. Estragon. Aber ich glaub das sind zwei Hohen. Ja, fein. Der Herr Bein ist 61 und der Dr. Estragon 43. Also mit dem wird's wohl hinhauen. Ja, verhofft, ne? Ja, ich hoffe also. Alter, der ist 63. Das ist für 13 oder 14, die Ding, Alter. Der muss das ja wegschneuzen. Hast du ja gesehen? Der andere Feuer da, Alter. Das ist für den... Der ist da gestanden, oder? Ja, der tut ja nicht einmal weh, wenn der den trifft. Der zieht dem ja nur minimal. Wenn der mich trifft, bin ich hin, ne? Der macht dann das langweilig, glaub ich, ne? Ja, die machen einfach diese... Dinge, diese Notsignale, dafür kriegst du auch irgendeine Errungenschaft, wenn du aufgenudene gemacht hast und so Sachen und extra Belohnungen und 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 und. Und wahrscheinlich auch fürs Geld, oder ich weiss ja nicht. Die werden ja Equip arbeiten oder meditieren. Ja? Ja, da ist er schon. Der Herr Bein. Hallöchen. Puppechen. Ach so. Mein Name ist Kronk! Nein, ich kenne es nicht. Nein, ich kenne es nicht. Ah, scheiße. Nichts mit YouTube, Mann. Nein. Leider nichts. Der Herr Bein, Alter, was hat denn der da? Ja, was ist denn jetzt? So ein Hammer, so ein Schlägel, Alter. Ja, da glaub ich, das ist Diablos-Sachen, oder was? Was sind das, wie Händln da, was der hat so ist? Der schaut ja komisch aus. Ja, aber warte. Der Diablo... Diablo-Plus? Schaut, der puft uns. Schaut, ich hab eine Einladung gekriegt zu einer Gilde. Ah, ja. Gildenkärtchen. Vom Japan, Alter, da nehmen wir so vor da. Ja, empfangen! Tanzt er jetzt da? Kann ich da jetzt auch verschicken. Ja. Eiskort verschickt da, schau. Ja, ja, ja. Der hat leicht gelacht, ne? Mit den Zeilen vom Opa. Gesten. Was sind wir da? Wo ist denn da tanzen gewesen? Kann ich nicht mit tanzen. Hä? Ja. Wohle, wohle, sagt der Schwule. Wie sagt der Schwule? Hui! Hahaha. Oh, ja. Der Dr. Estragon, der geht am Rollgas. Ja. Was tut denn, Georg? Let's go. Little bit faster. Was war das Erdprogramm? Was denn? Was hat denn Erdhaube? Was hat denn Erdhaube? Was hat denn Erdhaube? Oh, klein. Ich hab's ja kaum noch. Ja, Alter. Ich krieg schon Schnauze. Aber es hat mich nicht so weht an mich vorher. Ja. Nein, ich hab gar nichts verloren. Das war sein Buff, glaube ich, da nicht? Oder der Ruhl, der dreht's ja nur mit seinem Ding, Alter. Ich muss mir mal meine Energie wieder zurückholen. Ja. Los, mich. Bestimmt mich nicht zu trinken. Boah. Der ist so. Nein, nicht mich anschauen. Das mag ich nicht. Da bin ich ganz nervös. Ich bin sehr schön. Hoppala. Ja. Ja. Alter, Alter. Ja. Alter, komm. Scheiße. Alter, der leuchtet schon. Der Doktor Esther gar nicht allmächtig. Der Wiss ist im Tor. 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 Und er ruht so lang. Der andere ist oben. Der hat ihn grad nieder. Er reitet neben ihm. Ja. Ich muss einmal zuerst... ...ein Safterl. Wo ist der Safterl? Zweites Safterl. Und damit es leicht kommt. Schau, wie er ihn gibt, oder? Ich bin schon da. Der Bütter da. Der Taprider ist da. Jaaaa! Der Gräseler. Und dann einen da ins Fuß. Und auf ihn. Endstechen, Endstechen, Endstechen. Das war jetzt ein Scheißer. Das war jetzt eine Scheißaktion von ihm. Ja wie, Alter, wie? Warte mal, ich hau da was her da, so. Ein Duftwulgertl. Er hat da zwei Eier, oder? Oha! Du bist doch Depp, Alter! Ich kann... Geh weg. Ich muss da zum Heilen. Ja, ich will auch! Ich komm nicht! Da steht er wieder im Weg, Alter! Er will sich ja heilen. Was ist denn? Er haut mich wie stark in den Gegend, Alter. Ich komm nicht rum. Ich muss da weg. Scheiße, Alter! Ich bin so was am Sand. Wer ist denn da noch gestorben? Ja, der Doktor Estragon. Ja, der Doktor Estragon. Haben wir nur zwei Versuche da? Ja, schau. Okay. Nee. Möp. getötet der Doktor Estragon. Ey, 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 ey. Das ist ja ein... Das ist ja ein... Gott sei Dank, hab ich gern Gutschein benutzt. Ja. Ah, der Estragon ist gegangen. Ach so, ich hab das nicht verlassen, die Expedition. Warum hab ich jetzt da früher eine Rufzeit gebrannt? Was ist denn die Augasi ist zurückgekehrt? Einheim-Wesend-Forscherin. Argosi ist zurückgekehrt. Wie ist denn das? Ich kann ja auch. Gehen wir mal Leitungsrocke, was ich nicht kenne. Eieieiei. Gehen wir mal auffrischen. Also Argosi, das ist das Schiff. Wie Schiff? Das Schiff. Schifft? Der Estragon ist jetzt gegangen, glaube ich. Spinkt er? Der war echt scheiße. Aber jetzt ist nun mal der Taiyoshi in den Ohren. Der Baum ist auf einer Expedition. Ich glaube, vielleicht... Ich schau mal, wenn er einen anderen sitzen. Wir wollen uns nicht mehr.